Moin Leute, Willkommen zurück, Let's Play L's Wort. Ich hab meine Pizza geholt und jetzt geht's auch wieder munter weiter. Und du darfst jetzt deine Musik anmachen. Und wir werden essen, wer die Pizza ist, ne? Rudi, das ist für dich. Schön laut, man. Lauter. Und nach 72 Übungsstunden zur Frühvon ein. Das war vielleicht ein bisschen früh, doch es ist alles halb so wild. Denn wer dreimal durch die Frühvon fällt, bekommt ein gelbes Nummernschild. Das ist der Rudiment in Gelb. Nummer 10 wird einen Mundwagen gespannen. Und es wird mit 60 Linke Spur auf der deutschen Autobahn. Haha, ich bin da so geil. Und es wird mit 60 Linke Spur auf der deutschen Autobahn. Und es wird mit 60 Linke Spur auf der deutschen Autobahn. Das macht das Fahren Spaß. Wenn von hinten so ein Raser kommt, schert er aus und geht vom Gas. Der Typ, der steht dann hinten quer. Von Bremsen keine Spur. Der Grünstreifen wird ungepflügt. Aber Rudi, der bleibt stur. Das ist der Rudi mit dem Bild. Nur man steht in seinem Mundwagen gespannen. Und nach 47, 60 Linke Spur auf der deutschen Autobahn. Nach 14 Stunden Linke Spur hat der Hunger ihn besiegt. Ein Glück, dass diese Armee Fastfood-Kette an fast jeder Ausfahrt liegt. Er fährt kurz raus. Ein kleiner Snack im Vorbeifahren, weil es eilt. Doch da hat sich Rudis Karavan in der Drive in Spur verkeilt. Das ist der Rudi mit dem Bild. Nur man steht in seinem Mundwagen gespannen. Und er fährt mit 60 Linke Spur auf der deutschen Autobahn. Am Abend, wenn es dunkel wird, da fährt der Rudi raus. Der Rudi. An Rastplatz, wo die Trucker stehen, da fühlt er sich zu Haus. Rudi. Er zieht sich seine Holzschuhe an. Der Rudi ist ein Käsehut. Und Rudis gelbes Nummernschild leuchtet hell im Abendbrot. Das ist der Rudi mit dem Bild. Nummernschild. Und er fährt mit 60 Linke Spur auf der deutschen Autobahn. Das ist der Rudi mit dem Bild. Nummernschild. Und er fährt mit 60 Linke Spur auf der deutschen Autobahn. Auf der deutschen Autobahn. Auf der Bundesdeutschen Autobahn. Rudi! Hallo? Ja? Und? Wie hat ihn die auf... Ich finde es aber nur geil. Der Rudi! Ja. Der Kollege von... Okay. Einer verletzt unsere Gruppe. Finde ich das aber sehr schade. Okay. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ist das doch mit drinne? Rudi! Der Rudi-Song! Der wird sich so aufregen. Leute gebt einfach mal Rudi bei YouTube ein. Ihr schmeißt euch... Weg. Schmeißt euch einfach nur weg. Ah. Ich muss die Musik ja wieder anmachen. Verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Lade schneller. Komm. Kommt der Rudi mitgeben. Nur manche auf die deutsche Autobahn. Ah. Ah, meine Hände sind eingefroren. Ich kann nicht mehr schnipsen. Scheiße. Anscheinend ist... Anscheinend ist er grad so gut rausgekommen. Boah, ist das bei euch draußen auch so kalt? Nö, bei uns ist es schön warm. Ey, bei uns hat er geschneit. Aber richtig. Lade. Oh. Was ist das denn? Schön warm. Also so in der Mitte. Ah, ich seh du hast dein Set, Alter. Ja. Ich hab es gefunden. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Ich dachte... Was du jetzt mal wandeln brauchst du? Mh. Nee, Quatsch. Ja, der schlechte Haus. Juh. Und weg. Und weg. Nee, wir sind im Prozess. Die ist voll cool. Ah, ich hau daneben. Ich weiß nicht. Da kommt jemand hinterher. Ja, sie ist ja offline. Hat sie gesagt, oder? Doch nicht. Was sind jetzt Mädchen? Ich... Wieso überhaupt Mädchen? Woher will ich wissen, was ein Mädchen ist? Bestimmt ist das so ein Alter. Da wärst du so... Hahaha. Hallo mein Kleiner. Ich zeig dir erstmal mal einen richtigen Hasen. Hahahaha. Müsst du mir demnächst mal die Kombos angucken? Das werd ich aber jetzt nicht während der Aufnahme machen. Ich werde keine Lust drauf haben. Wirst du? Wieder da? Oh, boah. Ja genau, da ist ja noch jemand. Moin Darkblade. Hey. Willkommen bei unserem... Bei dem Elfwort LP. Willkommen bei unserem... Okay. Komm. Ja, so. Na! Zeit läuft schon wieder ab. Da wird der gleich... Da wird gleich wieder Raider Z gezockt. Yo! Raider Z, alter. Ihr hättet ihn ruhig weiterspielen können. Ich hätt euch sowieso ein Gehau. Ich hätt ihn mehr sehen wollt von Raider Z. Nein, er muss jetzt die Aufnahmezession machen und Rage noch die Zuschauer auch. Genau. Ich kann nicht erst sagen, ich mach ne Aufnahme und dann nicht mehr, Alter. Dann heißt es gleich... Du Wurensohn. Ich bin ja eh schon 20 Minuten zu spät. Verpilz dich. Rage, rage, rage. Laul, ich dachte, verpilz dich. Habe ich auch gesagt. Achso, was? Alter, ich fühl mich tatsächlich zu Drogen genommen. Vielleicht hast du das hier auch. Nee, das ist das Problem. Was war denn im letzten Kaffee drinne? Ich trinke keinen Kaffee. Was, warum nicht? Ich geh Kaffee brau, das fehlt mir nicht. Hast du es vielleicht merkwürdig... ...schmeckende Brownies gegessen? Ja, weil der... Wann wollen wir noch? Ich habe dir irgendwelche Cookies angeboten. Nein. Ich habe einfach nur zu heiß gebadet, Alter. Oh. Geile Scheiße. Das erlebt man nicht wie im Tag, immerweil. Wasser. Seelen-Prozess. Geile Scheiße. Ja, und wir haben ein bisschen weiter geneveilt. Wir haben diese Quest da mit Piratenschlupf da, bla 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 bla. Haben wir? Wem Quatsch jetzt überhaupt? Ich komme gar nicht mehr mit. Über Raider Z. Das ist der Kompadre, der mit uns Raider Z gezockt hat. Moment mal. Was? Wieso geht es jetzt um Raider Z? Ja, weil der Typ, der mit uns Raider Z gezockt hat, in der Konfi ist. Hä? Warte. Quatsch. Ey, was machst du denn hier in der Konfi? Jetzt mal ohne Spaß, Alter. Wie kommst du hier rein? Ich habe gedacht, Dark Blade wäre hier drinne. Nein. Scheiße. Ey, er ist so glatt, Alter. Ja, ich... Also... Ich hätte jetzt hundertprozentig schwören können. Ne? Dann bist... Was? Ich komme darauf nicht mehr klar, Alter. Ich komme darauf nicht klar, Alter. Was machst du? Was machst du hier? Geht's ohne Scheiß. Ich war nicht raus, Alter. Ach so. Ach ja. Aus reiner Höflichkeit. Stell dich vor, deine Straße sein. Deine Adresse, dein Vorhaben, Alter, Alter. Deine Hobbys, deine sexuellen Anregungen. Wenn ich geboren wurde. Wenn ich keine Freunde bin. Oh mein Gott, ich spüre schon wieder eine Macht in mir. Ich hoffe es hat sich ernsthaft gemeint. Oh Gott. Lass mal, Schneide! Wenn die etwas schwarzen Zuschauern ist, tut es mir leid, er muss gleich den Jäger abfassen. Es ist immer komisch, meine Let's Plays sind immer sehr chaotisch. Ne, ich dachte, die sind schön geordnet. Entweder komme ich zu spät, oder ich komme gar nicht, oder ich muss unterbrechen, weil ich mir eine Pizza holen will, oder es dann während des Let's Plays noch. Oder ich muss noch scheißen gehen, genau. Ja, habe ich auch schon mal. Wie geht's wirklich? Loll. Der Kopra hat nicht weitergelabert, weil er noch am scheißen war. Ich sage, ich gehe gut aus Klo, er so okay, und dann fängt er an mich zu fragen, warum meine Waffen noch nicht verzaubert ist, und was für ITs ich so drauf habe. Ich mir auch so denke, was? Was? Kommt ja schon wieder ein Digger-Schwarf-Schein. Es ist gelert. Boah, 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 was geht denn ab, ey? Soll ich helfen, soll ich helfen? Was geht denn hier ab? Mann, Alter, Alter. Weg, weg, Alter. Haha, du Opfer. Wieso müssen immer alle auf? Weiß ich nicht. Deine Kinder halt. Ach so, ja. Zehn Jahre alt. Du hast... Was für Raiders? Ähm, du hast doch so viel mehr Abonnenten. Vielleicht sind sie ja noch irgendwo. Ne, die sind alle nicht mehr da, weil die haben gesehen, alles klar. 17 Uhr, der Typ ist nicht da. Weg. Hä? Schnell, mach doch ein schnelles Video. Nehm gleich Aua, Aua. Ich hab die Verspätung. Wer jetzt reinkommt, kriegt den Platz auf jeden Fall. Tss. Alle brauchen schnell, weil sie runterzocken, ne? Ja, runter da haben wir ja nicht. Ey, geht das doch, dass man die Siegesmedaille bekommt, wenn man mitgezockt? Siegesmedaille? Siegesmedaille, also mehr EXP. Ne, das war Weihnachten so. Ach, Manno. Wie sind Her. Ja, der hatte doch... Der Julian hatte mal richtig lange Aufnahmestestation. Weihnachten, und da hat der Jesus, der mitgemacht hat, ne Singsmedaille. Also, dass man mehr XP bekommt. Geschenke. Sie hat genau das nicht gelb. Der darf zu dieser Zeit reichen Auswand nehmen. Gott, er hat uns stöhnt. ytys du,gtys. Tic, 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 tic. Tic, 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 waaaaah. Wie einfach noch einmal Upraged ist, ne? Er hat geschissen. Ich bin scht. Weiter kann ich den Rest machen. Kann ich den Rest machen , Kann ich den Rest machen, kann ich den Rest machen, kann ich den Fick dich einfach. Ich habe ihn hier runtergestahlen. Einfach mal raus. Biss Scheisse. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gesagt, lass mich das machen. Ich hab nichts gemacht. Das war nichts. Muah! Da sind alle noch fertig. Nein 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 nein. Nein 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 nein! Nein 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 nein! Das war ein Perfell! Das war ein Perfell! Er ist am abticken, Alter. Rage übel! Wir rennt hier ab, Junge! WTF, Alter, wer ist das da? Alles klar, wir haben wieder Platz in der Lobby. Jetzt geht nur noch einer raus und dann bin ich ganz alleine mit dem anderen Spass wieder.